Hallo und herzlich willkommen bei Treppe 5 der Jungen Redaktion. Wir sind Claudia Malangri und Jennifer Seitz. Und wir berichten heute aus dem Volkspark Friedrichshain und das sind unsere spannenden Themen. Wir schauen im Väterzentrum vorbei und unterhalten uns mit Papas, die für ihre Kinder in Elternzeit gegangen sind. Stationär erkunden wir den U-Bahnhof Warschauer Straße und seine Umgebung. Und weltbewusst präsentieren wir euch ein Konzept zu fairem Kaffeehandel. Männer sind zuständig für die finanzielle Versorgung der Familie, Frauen für Haus und Kinder. Seit das eine gesellschaftliche Norm war, ist schon einige Zeit vergangen und auch in Sachen traditionelle Rollenverteilung hat sich so einiges getan. Dass sich Männer nämlich auch ganz gut ohne die Hilfe ihrer Partnerin um ihren Nachwuchs kümmern können, das beweist ein Blick ins Berliner Väterzentrum. Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr. Seit 2007 betreiben Marc Schulte und Eberhard Schäfer das Väterzentrum in Prenzlauer Berg. Hier helfen sie Vätern bei der Bewältigung von kleinen und großen Elternherausforderungen. Und es geht uns hier in erster Linie darum, eben Männer einen Raum zu bieten, dass sie sich austauschen können, eben über ihre Alltagserfahrung. Also zum Beispiel Väter, die in Elternzeit sind, die jetzt zum Beispiel mit der Partnerin wirklich einen Rollentausch gemacht haben, also sechs, sieben Monate in Elternzeit eben sind, die haben im Prinzip ähnliche Themen wie die Mütter eben auch, weil es eine Rollenfrage eben ist. Aber die haben in aller Regel keine Austauschpartner, also zumindest keine männlichen. Und das ist das, was wir eben hier eben anbieten, dass man hier andere Männer in gleichen Situationen treffen kann und kennenlernen kann, um sich auszutauschen. Das Väterzentrum hält für die Väter eine Menge Angebote bereit. Von Geburtsvorbereitungskursen, Ernährungsberatung, Rechts- und Partnerschaftsberatung bis hin zum Vätercrashkurs können sich die Papas im Zentrum ausgiebig beraten lassen. Und auch für Körper und Seele der Papas wird gesorgt. Neben dem Elternzeitcafé, in dem lecker gefrühstückt werden kann, bietet das Väterzentrum auch jede Menge Unterhaltungsprogramm. Dann gibt es jede Menge Angebote, Event-Angebote für Väter mit größeren Kindern, eben zum Beispiel diese Indianerreisen oder ein Kickerturnier oder zur EM gibt es dann hier Papa-Viewing. Marc Schulte sieht täglich, dass der Bedarf an Unterstützungsangeboten für Väter steigt. In Gesellschaft und Politik scheint das Bedürfnis der Väter nach Vereinbarung von Kind und Karriere allerdings erst wenig verwurzelt zu sein. Und auch die unmittelbare Umgebung der Väter hat ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Elternzeit. Als ich diese Entscheidung zum Beispiel mitgeteilt habe mit meinen Freunden und auch ältere Freunde, die Leute über 45 haben nur gesagt, viel Spaß, das wird dir nicht funktionieren, das wird Probleme geben. Die Leute, sagen wir mal zwischen, naja unter 40 auf jeden Fall, der Großteil dieser Leute sagt, ja das finde ich super, alle haben die gleichen Probleme und müssen das irgendwie jonglieren. Diese Tage, heutzutage sind viele Leute eben berufstätig, sowohl die Frau als auch der Mann. Und um irgendwie das ausgeglichen hinzukriegen im Familienleben, ist es einfach nötig, dass auch die Männer die Rolle übernehmen. Neben der Etablierung der neuen Vaterrolle in Politik und Gesellschaft müssen vor allem die Eltern selbst den ersten Schritt wagen. Marc Schulte ist der Meinung, dass es für viele Väter nicht zum Selbstverständnis gehört, eine aktive Vater- und Erzieherrolle zu übernehmen. Das Wichtigste ist laut Schulte allerdings, dass die Elternteile gemeinsam entscheiden, wie die Kindererziehung aussehen soll. Unser Kind kam nicht ganz ungeplant, wir haben da schon darauf hingearbeitet. Und da macht man sich schon vorher auch, schließt man auch so Rahmenbedingungen miteinander ab, wie man sich kümmern will. Und ich glaube, sonst hätte meine Frau sich auch nicht darauf eingelassen, wenn sie die ganze Last so gehabt hätte. Marc Schulte und die Papas aus dem Väterzentrum sind sich einig, dass das Thema aktive Vaterschaft noch in den Kinderschuhen steckt. In Deutschland ist das Berliner Väterzentrum eine Rarität und auch weltweit ist die Einrichtung eine Sensation. 70 Mal haben Marc Schulte und Eberhard Schäfer schon vor der internationalen Presse über ihr Projekt berichtet. Ob das Projekt Schule macht und sich noch viel mehr Väter für ihre Rechte auf eine aktive Vaterschaft einsetzen, bleibt abzuwarten. Berlin ist eine Großstadt und so kann man selbst als langjähriger Bewohner immer wieder Neues entdecken. In unserer Rubrik Stationär stellen wir euch jede Woche den Kiez um einen Berliner Bahnhof vor. Der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße ist vielen jungen Berlinern vom Feiern bekannt. In der Nähe befinden sich unterschiedlichste Clubs wie der Magnetclub, das Watergate und das Cassiopeia, das sich in den alten Bahnhofshallen niedergelassen hat. Auch Touristen finden oft ihren Weg hierher, denn in unmittelbarer Nähe befindet sich der Anfang der Eastside Gallery, dem längsten erhaltenen Stück Mauer Berlins. Das 1316 Meter lange Stück der sogenannten Hinterlandmauer wurde 1990 von 118 Künstlern aus 21 Ländern bemalt und steht unter Denkmalschutz. Die eigentliche Grenze bildete an dieser Stelle jedoch die Spree. Für den U-Bahnhof Warschauer Straße bedeutete die Teilung Berlins eine traurige Auszeit. Der Bahnhof war der einzige U-Bahnhof der Linie U1, der auf der Ostseite der Grenze lag. Er war somit während der Teilungszeit nutzlos und lag brach. Die Oberbaumbrücke, auf der die Schienen der U1 verlaufen, durfte zunächst gar nicht mehr passiert werden, bis sie 1972 zumindest als Fußgängergrenzübergang freigegeben wurde. Erst seit 1995 rollen auf der Brücke wieder U-Bahn und verbinden den Westteil der ältesten U-Bahn-Linie Berlins mit der im Osten liegenden Endhaltestelle. Das erste, was ich heute Morgen gemacht habe, war den Knopf der Kaffeemaschine zu drücken, denn ohne flüssiges Koffein läuft bei mir gar nichts. Kaffee ist aber nicht nur ein weltweit beliebtes Getränk, sondern weckt bei manchen Menschen auch eine ganz weltbewusste Seite. Der Wecker klingelt, der Körper wird wach, aber der Geist möchte weiterschlafen. Um dem entgegenzuwirken, führt der Gang der meisten Menschen erst einmal in die Küche zur Kaffeemaschine. Sobald der Kaffeeduft in die Nase steigt, kann der Tag beginnen. Kaffee ist aber nicht nur Muntermacher Nummer eins, sondern wird oft auch mit harten Anbaubedingungen und unfairer Entlohnung der Bauern in Verbindung gebracht. Die Jungs von Coffee Circle wollen dem entgegenwirken. Also wir suchen jedes Jahr die besten Kaffees der Ernte aus, also haben so einen Erntegedanken, fahren selbst nach Äthiopien, suchen diese Kaffees eben aus. Der Kaffee wird dann importiert, geröstet, verkauft, vor allem online, aber auch an Firmen und Kaffees. Und dann geht ein Euro pro Kilogramm von diesem Kaffee, den wir verkaufen, geht wieder zurück in Projekte bei den Bauern, die den Kaffee anbauen. Damit schließt sich der Kreis und deswegen heißen wir auch Coffee Circle. Coffee Circle hat also nicht nur den Wunsch, guten Kaffee nach Deutschland zu bringen, sondern will in erster Linie etwas Gutes für die Kaffeebauern tun. Aus dem Kaffeeverkauf finanziert Coffee Circle verschiedene Projekte in den Anbaugebieten. Diese Projekte werden nach ganz bestimmten Kriterien ausgewählt. Wir haben drei Kriterien, hatten wir und jetzt haben wir ein viertes dazu bekommen. Das erste ist, dass wir kein Projekt selber definieren und dann in die Kooperative gehen, sondern eine Bedarfserhebung machen mit den Bauern. Also sagen, welches Projekt ist überhaupt benötigt, das wird das Geld sein, das wir zur Verfügung haben. Das wissen wir ja auch vorher, weil wir den Kaffee, sagen wir mal, 10 Tonnen Kaffee einkaufen. Dann wissen wir, wie viel Geld vorher dann zur Verfügung stehen wird, nachdem der Kaffee verkauft wurde. Also es wird Bedarf gemeinsam definiert mit den Bauern. Das zweite ist, es ist ganz wichtig, dass Abhängigkeit vermieden wird. Also wir würden jetzt keine, sagen wir mal, Krankenschwester anstellen, die dann vielleicht nicht mehr durch uns finanziert werden kann, sondern wir würden zum Beispiel einen Brunnen graben, der natürlich auch nicht 100 Jahre lang da ist, aber so einen Brunnen in der Art, wie wir ihn gemacht haben, hat eine Lebenssordnung von circa 15 Jahren. Das ist das zweite Kriterium. Das dritte Kriterium, dass wir auch eine klare Zielgruppe haben und dann eine messbare Verbesserung feststellen können. Also das ist auch sozusagen, dass man weiß, was verbessert wird. Und das vierte, und das ist jetzt neu, das ist, weil wir gesehen haben, dass das sinnvoll ist, dass es eine, wenn wir das Projekt mit den Bauern festlegen, dass es auch eine festgelegte, vorab festgelegte Leistung der Bauern gibt in diesem Projekt. Also das kann sein, dass die Bauern zum Beispiel, wir bauen jetzt, im Sommer wird eine Schule neu gebaut, dass die Bauern zum Beispiel die gewisse Anzahl an Arbeitsstunden leisten oder Materialien dazugeben, damit das einfach so ein gemeinsames Projekt ist, was einfach nachhaltiger ist. Und es ist, glaube ich, immer so, wenn man irgendwas geschenkt bekommt, außer es ist von einer Person, die man sehr, sehr gern hat, dann hat es einfach nicht so einen Wert. Und das Wichtige ist, dass eben gemeinsam ein Projekt gemacht wird, das sind die vier Kriterien. Der Hauptgedanke von Coffee Circle ist natürlich eine faire Entlohnung der Kaffeebauern in Äthiopien. Trotzdem verzichtet das Team bewusst auf ein Fairtrade-Zertifikat, weil ihnen dieser Standard nicht weit genug geht. Ich glaube, dass Fairtrade eine sehr gute Wegbereite, aber auch Bewusstsein geschafft hat bei vielen Leuten, dass es da ein Missverhältnis gibt zwischen den Leuten, die den Kaffee anbauen und hier, zwischen den Konsumenten. Aber die Dynamik von Fairtrade finden wir eigentlich für uns nicht richtig. Das Problem, das wir sehen, ist einerseits mit der Transparenz. Also es ist so, dass bei Fairtrade 20 amerikanische, also US-Cent pro Pfund beim Bauern extra ankommen. Und als Konsument würde ich, oder glauben die Großteile der Menschen, wenn sie in den Supermarkt gehen und einen Kaffee kaufen, der zwei Euro teurer ist, dass diese zwei Euro mehr beim Bauern ankommen. Aber es ist eben nicht so, sondern es kommen festgelegt diese 20 amerikanischen Cent pro Pfund beim Bauern an. Neben der fairen Bezahlung der Bauern für die aufwendige Kaffeeproduktion setzen sich die Mitarbeiter von Coffee Circle dafür ein, dass ihre Produkte ein Bio-Zertifikat erhalten. Der Kaffee wird zwar sowieso biologisch angebaut, doch das Zertifikat hat einen entscheidenden Effekt. Der Effekt einer Bio-Zertifizierung ist, dass man höhere Preise bekommt als Bauer, weil man, also in Äthiopien sind das 20 US-Cent pro Pfund, der mehr verlangt werden kann. Das ist keine festgeschriebene Regel, das ist nur sozusagen ein Marktmechanismus. Die Produkte der Firma nutzen aber nicht nur den Bauern, sondern auch der Umwelt. Coffee Circle achtet nämlich während des Produktionsprozesses auf die CO2-Emissionen und versucht diese wieder auszugleichen. Das heißt, wir rechnen im ersten Schritt, wie viel CO2 durch den Transport von des Cafés wirklich aus allen Kooperativen, mit denen wir zusammenarbeiten, bis nach Europa entsteht und auch bis zum Kunden entsteht. Also da haben wir eine Summe von dieses Jahr 33 Tonnen CO2. Und dann im zweiten Schritt unterstützen wir ein Klimaschutzprojekt, das diese Tonnen sozusagen einspart. Also wir arbeiten dieses Jahr mit dem Projekt zusammen in Mosambik und dort in Mosambik werden diese CO2-Tonnen eingespart und das heißt kompensiert. Also 33 Tonnen wird durch unsere Aktivität emittiert und wir gehen dann wieder 33 Tonnen drunter, damit wir bei Null landen. Und da sind wir auch, soweit wir wissen, die Einzigen, die das machen. Ist aber auch nichts, wo wir jetzt, das sehen wir jetzt auch nicht als Hauptargument für uns. Das ist eigentlich eher ein bisschen Selbstverständlichkeit, dass wir das machen. Diese Selbstverständlichkeit kommt hoffentlich auch in den Köpfen der Kaffeekonsumenten an. Wir sind der Meinung, dass ein Produkt, das mit so viel Liebe und Weltbewusstsein hergestellt wird, auch gleich viel besser schmeckt. Und da sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt, zumindest fast. Jetzt gibt es natürlich noch ein neues Bilderrätsel für euch. Und die Auflösung der letzten Woche. Vorher aber erstmal noch ein Hinweis auf unsere Homepage. www.treppe5.de Da findet ihr nämlich immer aktuelle Infos zu uns und unserer Sendung. Also bis bald, wenn es wieder heißt. Treppe 5, die junge Redaktion. Diese Einstellung wurde in Berlin gedreht. Aber wo? Ihr habt noch 20 Sekunden, es herauszufinden. Noch 10? Die Auflösung zeigen wir euch in der nächsten Sendung. Und hier die Auflösung des letzten Rätsels. Wir waren in der Mariannenstraße in Kreuzberg. Das war's. Da gibt's. Das war's.